ja hallo zusammen da bin ich mit der vierten folge für diese woche also die donnerstag auch was willst du genau ab mit der vierte folge für diese woche es waren doch erst drei deshalb musste ich erstmal im keks hatte echt kohlen natürlich mit kaffee dazu ich habe kein bock ich werde es heute abend ist dann wieder doch ein bisschen warm heute jetzt schon wieder zu essen auch kein bock gab bisher mich in die küche zu stellen ich muss gestehen während der urlaubswoche habe ich mich nicht so gesund ernährt war echt ein bisschen faul aber gut kann man machen nix ist halt so alle freunde macht euch vom acker ernsthaft so ruhe im kampf jede wenige sachen die wir klappen können wo aber irgendwie ja das war zu erwarten aber egal leute es gehört nach scheiße ich muss die spinnen kümmern ja ja ist klar dann werden wir mal eben zurück porten ähm speak to asciara im kiras docks wir sollen übrigens noch mit jemandem quatschen das können wir eigentlich auch mal eben machen der war es nicht wo auch immer asciara jetzt ist da machen wir uns doch mal eben auf die suche nach asciara hier ist keine asciara oder kein asciara bin mir aufgrund des namens nicht so sicher ob man ein neuer weiblein versuchen wir es mal auf anderen seite da hat es gefunkt hier können wir das wollen wir aber nicht wie specken da auch nicht ach ja von mir aus es gab ein devotion point und es gab was ist das players augment iron wolf lightning granted by item iron wolf hired from asciara in kuras docks battle made ach okay da sollten wir doch mal gucken weil das ding tragen wir jetzt so lange auch wohl noch mager ich weiß es nicht testen muss man es ja mal wir müssen jetzt nur ein entsprechendes also erstmal wo ist denn das ding jetzt da ist iron wolf down in der ecke aber wir wollen ja eben vertecken gehen da kann man gucken was hast du uns zu sagen ja ich weiß ist okay find the high council in travenzel von mir aus gut erstmal möchte ich ein paar sachen verkaufen bevor ich irgendwas finde wir müssen hier dann passendes gedöns finden können erstmal ich finde das unübersichtlich die dinge erstmal weg das ist nichts hallo könntest du immer verkaufen danke auch nicht auch nicht auch nicht vitalität bringt uns überhaupt nicht nach vorne so rein gar nicht was kann das ding das ist jetzt auch nichts toll tolles deutsch ist jetzt auch nichts toll das ist doch alles nur schrott habe ich noch irgendwo eine medal die wir gebrauchen können das war kein Mann aber ja aber brauch ich nicht das hilft mir nicht das hilft mir nicht äh nein nö 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 denn alles nicht so doll passt überhaupt nicht zu uns das ding auch nicht den müssen wir nicht verkaufen 15 prozent elemente der menschen sechs prozent kassen würden wir jede menge es ist der mensch aufgeben ich glaube nicht ddd die definitiv nicht hat zwar ein bisschen mehr rüstung aber wenn ihr euch das mal anguckt guckt man bitte auf dem schaden der jetzt bei 1883 steht also ist das jetzt noch nicht was ist das hier chest armor er steigt sogar aber hier nur noch ddd ich glaube dass es nicht wert dafür ist der anstieg der schaden zu gering als dass das wirklich sinn ergibt magic offhand das ist das ihr wollt mir verarschen dass diese was überhaupt noch finde schon der frechheit zweihänderschwert no no was ist das hier magic amulett ich denke nicht das ist alles nicht so prickelnd alles nicht so mittels anfangen können ja ja auch wieder feier und bern der menschen leck mich am arsch lass mich doch mal gucken ob du eventuell eine nette medaille für uns heißt komponente 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 sind alles komponenten so war sie eine komponente verkauft ja gar nicht beziehungsweise wie eine medaille da müssen wir ein bisschen auge drauf haben ob wir nicht eventuell eine komponente finden da ist eine medaille ja weiß ich auch nicht keine ahnung wir lassen das erst mal na darf ich jetzt mal hier so jetzt kann man auch wieder sachen aufnehmen da ist ein kistchen ok da geht es nicht weiter was ist ja da irgendwo weitergehen da geht es nicht weiter da geht es weiter ach ich sehe gerade was schon gefragt wo das nervige geräusch geblieben geblieben ist da ist doch ein boss dabei wenn er nicht umfällt ist das offensichtlich dass es ein boss ist hallo so 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 ok so 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 Hier ist sonst auch nichts weiter. Na, Moment mal. Da ist doch was. Hier in der Kiste. Nee. Da war es nicht. Er sagt aber, dass ein Quest-Item ist, kann ich dich ja doch, ich kann dich anklicken. So, das Black Book haben wir auch. Jetzt fehlt uns immer noch High Council, la la la. Und hier Find Carlin's Flail in Florinzel. Blöde ist, dass ich keine Ahnung, wozu Travinzel ist, aber gut, wird sich sicherlich rausfinden lassen. Wir sind ja immer noch in Upper Crust. Wo geht's denn hier? Da oben geht's weiter. Hier sozusagen. Na, schauen wir mal. Hey Freunde. So. Da geht es auch irgendwie rein. Sollten wir vielleicht mal gucken. Was? Disuse Reliquity. Was auch immer. Waren wir noch nicht. So, haben wir im Kreis gelaufen. Auffach schießt sogar. Ach hier. Aua. Hört ja auf. Hört ja auf. Ach komm. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Okay, Lieben, das war jetzt die Donnerstag-Folge. Eine Folge nehme ich noch auf und habe ich für die übernächste Woche auch die Grim Dawn-Folgen aufgenommen. Ich bedanke mich für eure Zuschauer und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!